Es ist ein offizieller Guinness-Weltrekord. Super Sendung. Ich bin das Bond-Girl von Sebastian Mannberg. Aber noch besser wäre es, wenn Sie einen Papagei auf der Schulter hätten. Lass es mal knallen. Scheiß drauf. Stellst du dir vor, du bist ein Ganzkörper-Kondom? Das ist unser Ernst. Wir beide wollen ab jetzt ... oh Gott ... 72 Stunden durchmoderieren? Das kann es immer noch nicht ganz glauben. In dieser Sendung, das versprechen wir, kann man viel lernen. Man wird z.B. lernen, was Schlafentzug mit dem menschlichen Körper und der Seele macht. Für dieses Experiment stellen wir uns persönlich zur Verfügung. Es ist ein offizieller Guinness-Weltrekord. Sie beim Guinness-Buch sind sehr streng. Es gibt viele Regeln, passt genau auf. Ich werde jede Stunde einen Studiogast hier reinholen zu euch. Die gute Nachricht ist, ihr habt fünf Minuten in dieser Stunde zur freien Verfügung. Mega, dann easy. Könnt ihr schlafen, aufs Klo gehen, Mama anrufen, was ihr wollt. Ihr könnt die auch aufsammeln. Die schlechte Nachricht ist, einer von euch zwei Nasen muss immer hier im Studio sein. Hätten unsere beiden Hosts ihn als Lehrer gehabt, wäre aus ihnen vielleicht was geworden. Ja, vielleicht. Ja. Danke. Harald Lenz! Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja. Ein Bier. Ein Bier? Ja, ich habe noch nicht nachgeguckt, was es überhaupt gibt. Ich habe gedacht, ich trinke auf euer Wohl. Ich glaube, dass ihr eine unglaubliche Sache vor euch habt. Es ist fast die Länge des Mondfluges. Ja, die Amerikaner waren auf dem Mond. Ah ja. Ja? Ich sag das hier nochmal. Endlich! Wir skulpen jetzt mit den aktuellen Rekordhaltern. We have different strategies. My strategy is ... Jetzt gerade eine neue Challenge-Idee gekommen. Lerne Englisch. Wenn du dir jetzt den Bart abrassieren würdest, könnte man innerhalb der drei Tage sehen, wie er wieder wächst. Stimmt! Das ist ja geil! Er wächst bei mir tatsächlich sehr schnell. Also, es könnte sein, dass ihr in drei Tagen wieder ... Das wäre witzig. Langsam müde. Ja. Bauen wir ein Bett auf. Wir gehen jetzt mal den Bettbau. Und zwar, ich wünsche es mir exakt hier. Auf geht's, ab. Noch ein paar Tage machen. Schön, schön, schön. Oh Gott. Wir schauen den hier. Das ist gut. So, jetzt zurück von diesem Upcycling, zu deinem Upcycling. Unser Redakteur, Marc Seibold, wir klatschen aus Mitleid einmal für dich. Schön, dass du da bist. Er hat eigentlich keine richtige Aufgabe. Nee. Doch schlafen jetzt gleich. Ach so, außer Schlaf. Ja, das ist eine Aufgabe, absolut. Ich finde es schön, wenn ihr mir noch in meinen letzten fünf Minuten mich so in den Schlaf hinein begleitet. Kommt doch bitte mit rüber in mein Bett. Gebt mir noch schnell einen Tipp. Zum Einschlafen? Ja, wie ist es jetzt hier so in der Umgebung und so? Also, hier wird es mit Ritualen, glaube ich, sehr schwer, weil das wäre natürlich der beste Tipp. Und meine Einschlafrituale will ich dir jetzt hier nicht sagen. Willst du nicht verraten? Okay, okay. Unangenehm. Es ist schon hell. Ach, wo ich gerade stehe. Ich glaube, ich nehme die erste Pause, einfach nur, um schnell aufs Klo zu gehen. Oh, ah ja, jetzt, jetzt. Läuft die Zeit schon? Das finde ich richtig spannend. Wir könnten springen. Becken! Oh Gott. Saki! Es ist fünf. Wir haben gedacht, vielleicht willst du geweckt werden. Wie geht's dir? Hey. Ich habe keine Sekunde geschlafen gefühlt. Gefühlt? Siehst du, das sind wieder so Kommentare, wo du denkst, oh, ich platze die Hutschner. Okay, jetzt gehe ich kurz auf Toilette. Na klar. Enjoy. Das ist ja ein Naturschauspiel. Warte, stopp. Willst du die Hose hier schon ausziehen? Ja, ich bin so aufgeregt, Leute. Das überleg dir bitte noch einmal. Okay. Ariane, wir glauben an dich. Okay, auf die Plätze. Das ist dein Applaus. Fertig. Sehr gut. Siehst du, was habe ich gesagt? Das habe ich gesagt. Nee. Das kann nicht sein. Du bist der Grund, warum ich so wahnsinnig schnell auf Toilette bin. Das ist genetisch. Wie lange war das? Aber was? Boah, habe ich gedrückt. Alter, ich dachte mir, es hört nicht auf. Hallo. Guten Morgen oder guten Mittag. Hallo Sebastian. Hallo. Hallo, hallo, hallo. So. Also muss ich sagen, sie trinkt viel zu wenig. Ich habe es schon gehört. Ja, so. In elf Stunden einmal auf der Toilette gewesen. In 52 Sekunden. Das ist sportlich. Jetzt sind sie ein bisschen überdreht und dann werden sie ein bisschen aggressiv. Vorsicht. Das geht an dich, mein Freund. Da freue ich mich schon. Sebastian. Oh nein. Es ist ein großer Tag für mich. Auf wundersame Weise habe ich mir die Nummer von deiner Mutter beschafft. Und genau die rufen wir jetzt hier live an. Du kriegst einen Herzinfarkt. Jo. Meinberg. Hallo Frau Meinberg. Also, Sie trauen sich in meine Leitung. Das ist schon stolz. Hallo Mama. Mama. Hallo. Aber Sie kennen ihn ja wahrscheinlich am allerbesten von allen. Wie war er denn so als Kind? Als er müde wurde, so ein bisschen knatschig, so. Das kam eigentlich eher weniger vor. Er hat extrem wenig Schlafbedürfnis gehabt. Aha. Frau Meinberg, ich hoffe, dass wir uns so schnell nicht sehen, weil ich glaube, ich bin dann nicht mehr sicher. Oh, mein Magen. Oh. Kennt Ihr Martin Söders Ström? Oh. 24 Stunden. Ich tand's ich so fühle, aber eben als eigentlich ein Drittel. Also, ich kenne ich nicht so. Der���iza, der mir schmerzt. Man muss ja schon kontrollieren, dass die beiden nicht einschlafen, oder? Au, au, jetzt geht's! Ja, wenn es zu fest ist, dann sagen sie bitte, gell? Die Knochen gleich, ja schon, dann sind sie zu fest. Ich bin so verspannt. Mein Körper ist einfach auf dem Wrack. Okay. Also. Oh Mann, einen Meter. Ihr müsstet einmal alle aufstehen und euch hier aufstellen. Direkt vor die zwei Nasen hier. Auf mein Zeichen werdet ihr alle anfangen zu gähnen. Alle. Und ihr müsst sie beobachten. Und eure Challenge ist es, nicht zu gähnen. Drei, zwei, eins. Abfahrt, gähnen! Da geht noch ein bisschen... Musstet ihr jetzt nicht gähnen? Nein. Normalerweise ist es doch mega ansteckend. Musstest du gähnen? Ah ne, du bist ja ausgeschaffen. Richtig. Ja. Damit ist es ähnlich wie eigentlich alle deine Aktionen. Ja. Die meistens nicht so richtig... Einfach verpufft. Wir haben immer noch nicht über unsere Pausendingsbums da gesprochen. Ja. Ich überlege tatsächlich, ob ich vielleicht mal den Anfang machen sollte. Liebe Regie, könnt ihr mal uns ansagen, wie viele Pausenzeiten wir haben auf dem Deckel? Fast drei Stunden, glaube ich. Marianne hat 172 Minuten und Sebastian 160 Minuten. Ich schreib's mal. Also... Geld noch? Danke euch! Gute Nacht! Bis später! Gute Nacht! Dankeschön! Nein, nicht verschlafen! Also Kinsey hat festgestellt, dass Menschen... Kann man irgendwer die Tür aufmachen? Ja, genau. Und dann eben diese Kranstunden gerade, die sind so teuer, dass man da im Prinzip ein Reitspannung im Ereignis... Jetzt machen wir mal ein bisschen Action. Und zwar, mir ist nicht gut. Ja? Ich stell mich mal hier. Wir können ja auch, das ist doch nach den Regeln, wenn ich mich hier mal so ein bisschen an die Vorschlupf setze, weil ich sitze ja ein bisschen länger schon in diesem Schuppen. Und wir reden einfach von hier. Wie lange? Wie lange? Wann kommt denn Sebastian wieder? In einer halben Stunde erst, oder? Ja. Da krieg ich noch hin. Jetzt klapp ich zusammen. Okay. Aber wir haben Fragen aus der Community. Fuki schreibt, hat sich das Partyleben in den letzten Jahren verändert? Ah, schön. Ja, ich klapp grad ein bisschen zusammen. Willst du einfach mal übernehmen? So eine Frau, jetzt gehst du mal schön ins Bettchen. Gut, danke, ciao! Oh Gott, was kommt der jetzt? Ein Sauerkraut-Smooshy. Sebastian, hast du auch nicht gefrühstückt? Nee. Ah. Boah, das stinkt echt eklig. Oh ja, oh ja. Jetzt machen wir hier erst den Saft raus. Lasst es euch schmecken. Boah, das stimmt so richtig. Macht's gut, bis später. Danke, Marc. Das genießen wir gemütlich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Äh, doch. Trinkst du es jetzt echt eigentlich? Ja, sicher. Wenn Marc sich die ganze Nacht auf diesen riesen Gag vorbereitet, dann will ich ihm das nicht nehmen. Oh, du bist ja schon wieder da. Du hast es geschafft. Sollen wir mal Platz für dich machen? Wir sollten so lange bleiben, bis du kommst. Morgen Zeit ist ein ganz großes Ziel von ihr. Setz dich mit hin. Ja, Ari braucht erst ein Mikrofon, glaube ich, oder? Ja. Mensch, wie geht's dir? Äh, bisschen durch den Wind ist schon. Da liegt man in diesem komischen Trailer und es ist dann irgendwann hell und denkst dir, ich schaffe ihn nicht mehr ein. Ja, konntest du gut einschlafen? Noch nicht anschauen? Nein, ich schau nichts an. Nimmst du die bitte mit? Bist du unser Eimer in der Tage? Ich weiß nicht, inwiefern ihr noch Gefahren richtig einschätzen könnt. Und ich muss auf eure Sicherheit achten, wir haben noch ein paar Stunden vor uns. Für den nächsten Gast ist eure Aufgabe während des gesamten Talks diese Handschuhe anzusehen. Du kannst sie nicht vorstellen. Es kommen nämlich auch Tiere und ja, die sind auch unter Umständen gefährlich. Weißt du, was das Gute an diesen Handschuhen ist? Dass du meinen Mittelfinger nicht mehr sehen kannst. Das ist der einzige Zweck von diesem Häusling. Ich weiß nicht, warum ich die anhaben muss, ich muss die anhaben. Hallo. Hallo. Hi. Und dann haben wir, sag mal, ich krieg das mit, dass ihr mich hier verarschen wollt. So, das war die vier, das ist die zwei. Ja, so schneidet doch, seid ihr alle betrunken oder was in der Regie? So schneidet doch kein Mensch. Drei, zwei, eins. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ach, das Harrile Einhorn. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist, das schaffst du nie. Ups, schön. Ich habe die Hose getroffen. Ja, das ist das Harrile Einhorn. Das taucht öfter mal auf. Das kann witzig werden. Das Harrile Einhorn ist das einzige Haustier von Marc, mit dem er sich gut versteht. Ja. Wenn ich dich im Club treffen würde, würde ich denken, alter. Na? You're on, ey, mein Freund. Und wenn nichts mehr hilft, ist die Exit-Strategie immer ein Furzwitz. Genau. Ja, also ich glaube, ich werde auch noch Kabarettist. So Sebastian, und du fragst dich immer, warum ich keine E-Mails lese? Ja, ja. Sicher ist sicher. Schickt mir eine Taube, ich mach das Fenster auf. Wie geht's euch denn psychisch gerade so? Ich fühl mich wie so... Wisst ihr, könnt ihr euch hineinfühlen in so eine Milchtüte, also so ein Tetra-Pack, wenn man das leer macht, dann klappt man das ja so zusammen, bevor man es wegschmeißt. Richtig gut drauf. Ja, so richtig so, man faltet das Tetra-Pack einfach so richtig schön zusammen, dass es flach in den Müllammer passt. So fühle ich mich gerade. Jetzt kommt kurz unsere Weltrekord-Uhr. In 15 Sekunden würden wir theoretisch... Ich stehe auf, weil das ist ein feierlicher Moment. ...würden wir theoretisch den Weltrekord erreichen. Nicht zu früh, 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 nicht zu früh. Alternativ zu dem Puzzle können wir auch alle gemeinsam uns durch die 23 XXL-Rätsel-Spaß-Seiten arbeiten. Da kommt ihr jetzt mit, oder was? Ja, also die Highlights kommen doch immer zum Schluss, weißt du? Da haben die noch so ein Ass im Ärmel, du, das glaubst du gar nicht. Also das werde ich auf jeden Fall, ohne Witz, das werde ich vermissen, dass man hier ins Studio reinkommt, nachdem er auf dem Klo war und alle klatschen. Also einfach für... Wie früher als Baby. Ja, ja, wirklich. Alter, das hast du ja ganz toll gemacht. Das Thema wird besser auf. Haltung annehmen. Gleich am Anfang ist der Eure-Uhr. Hat sie nicht funktioniert? Ich krieg gern zu viel. Auf das Finale-Ergebnis, was dann am Ende dieser Show sein wird, wird auf jeden Fall noch eine Minute und zwei Sekunden drauf gerechnet werden. So oder so aber. Habt ihr den Rekord geknackt? Oh! Oh! Guten Tag! Guten Tag! So, alles, eine Kurkunde. Vielen Dank. Ganz schön. Liebe Ariane, lieber Superstern. Ihr seid jetzt offiziell-y amazing. Ihr seid jetzt offiziell-y amazing. Ihr seid offiziell-y amazing! Jaaaay! Jaaaay! Jaa! 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 Vielen Dank.